Wer wägt mich aus meinem Schönheitsschlaf? Hey, sali Schmidt, ich bin's, der Rutschi. Wir stehen am Proberaum. Was ist, wo blieb ich? Soll schon fast um halb drei sein. Ja, es ist halb fünf, wie du witzknochen. Immer mit der Ruhe. Ich bin in zwei Stunden da. Alles klar. Ja, und super, lass den Kumschi. Genau, übrigens, bring ich da.